Die 41. Division war ein Großverband der preußischen Armee. Gliederung Die Division war Teil des XX. Armeekorps. Friedensgliederung 72. Infanteriebrigade in Osterode Infanterieregiment von Grollmann Nummer Infanterieregiment Hiller von Gertringen Nummer 59 in Deutsch-Eilau und Soldau 74. Infanteriebrigade in Marienburg 5. Westpreußisches Infanterieregiment Nummer Deutsch-Ordens-Infanterieregiment Nummer 152 in Marienburg und Stum 41. Kavaleriebrigade in Deutsch-Eilau-Cürassier-Regiment Herzog Friedrich Eugen von Württemberg Nummer Ulanen-Regiment von Schmidt Nummer 4 in Thorn 41. Feldartilleriebrigade in Deutsch-Eilau 1. Westpreußisches Feldartillerieregiment Nummer 3. Ostpreußisches Feldartillerieregiment Nummer 79 70. Kriegsgliederung bei Mobilmachung 1914-72 1. Infanteriebrigade Infanterieregiment von Grollmann Nummer 1. Infanterieregiment Hiller von Gertringen Nummer 59 74. Infanteriebrigade 5 1. Westpreußisches Infanterieregiment Nummer 1. Deutsch-Ordens-Infanterieregiment Nummer 1. Dragona-Regiment König Albert von Sachsen Nummer 10 41. Feldartilleriebrigade 1. Westpreußisches Feldartillerieregiment Nummer 3. Ostpreußisches Feldartillerieregiment Nummer 2. und 3. Kompanie Pionierbataillon Nummer 26 20. Kriegsgliederung vom 20. März 1918-74 1. Infanteriebrigade Infanterieregiment von Grollmann Nummer 5. Westpreußisches Infanterieregiment Nummer 5. Deutsch-Ordens-Infanterieregiment Nummer 4. Eskadron-Dragona-Regiment König Albert von Sachsen Nummer 10. Artilleriekommandeur Nummer 41 3. Ostpreußisches Feldartillerieregiment Nummer 2. Bataillon 2 Pommersches Fußartillerieregiment Nummer 15 Pionierbataillon Nummer Divisions-Nachrichtenkommandeur Nummer 41 Geschichte Die Division wurde am 1. Oktober 1912 errichtet und hatte ihr Kommando in Deutsch-Heilau 1914-03 bis 9. August Grenzschutzgefechte im Osten 23. bis 31. August Schlacht bei Tannenberg 05 bis 15. September Schlacht an den Masurischen Seen 24. September bis 8. Oktober Kämpfe bei Warschau 09 bis 19. Oktober Schlacht bei Warschau 09 bis 20. Oktober Schlacht bei Ivan Gorod 22. bis 28. Oktober Kämpfe an der Pilika 12. bis 13. November Lubranes und Golembin 14. bis 15. November Schlacht bei Kutno 16. November bis 15. Dezember Schlacht bei Lotz Ab 18. Dezember Schlacht an der Roka B. Zura 1915 bis 9. Februar Schlacht an der Roka B. Zura 16. bis 18. Februar Gefechte um Kulno 19. Februar bis 27. Juni Stellungskämpfe vor Lomsa-Ursovic 13. Juni bis 13. Juli Gefechte an der Unteren Windau 13. Juni bis 12. Juli Gefechte bei Gräsey, Tayakschle, Wieskile 24. bis 28. Juni Gefechte bei Telsche 14. bis 25. Juli Schlacht um Schaulen 16. Juli bis 2. August Gefechte gegen Mittau 1. August Einnahme von Mittau 03. bis 9. August Stellungskämpfe an der A. A. Ökau und Dünner 10. bis 11. August Wobolniki 12. bis 19. August Schlacht bei Schiemann-Zipo-Nedeli 23. August bis 3. September Gefechte am Jemenek und an der Dünner 3. September Erstürmung des Brückenkopfes von Friedrichstadt 05 bis 28. September Gefechte gegen Jakobstadt Ab 29. September Stellungskämpfe vor Jakobstadt 16. bis 23. Juli Schlacht bei Kekau 26. Oktober bis 2. November Transport von Kurland nach Rumänien 02. bis 9. November Grenzkämpfe am Vulkangebirge 10. bis 14. November Schlacht am Szoduk 16. November Weg er je urechisch die und jasi 16. bis 17. November Schlacht von Tagojord iu 18. bis 23. November Verfolgung durch die West-Wallochai 20. bis 22. November Vormarsch auf Tuniseverin und Einnahme der Stadt 21. November Einnahme von Kreyowa 23. bis 25. November Verteidigung von Tuniseverin 1. bis 5. Dezember Schlacht am Agess 04. bis 8. Dezember Verfolgung nach der Schlacht am Agess 6. Dezember Einnahme von Bukarest 09. bis 20. Dezember Verfolgungskämpfe an Jalomita, Prahova und Budzauel 21. bis 27. Dezember Schlacht bei Rimnikul-Sarath Ab 28. Dezember Verfolgungskämpfe nach der Schlacht bei Rimnikul-Sarath 1917. bis 3. Januar Verfolgungskämpfe nach der Schlacht bei Rimnikul-Sarath 04. bis 8. Januar Schlacht an der Putna 06. bis 25. Januar Stellungskrieg an der Putna und Serret 25. Januar bis 9. Februar Transport nach den Westen 9. Februar bis 10. Mai Stellungskämpfe vor Verdun 11. bis 27. Mai Doppelschlacht an der Eisnie und in der Champagner 28. Mai bis 30. Juni Stellungskämpfe am Scheme des Dames 30. Juni bis 6. November Stellungskämpfe in der Champagner 7. November bis 3. Dezember Herbstschlacht in Flandern Ab 4. Dezember Stellungskämpfe in Flandern im Winter 1918. bis 3. März Stellungskämpfe in Flandern im Winter 05. bis 20. März Stellungskämpfe in Flandern und Atwar 21. März bis 6. April Große Schlacht in Frankreich 7. April bis 3. Juli Kämpfe zwischen Arras und Albert 5. Juli bis 7. August Kämpfe an der Ankres, Somm und AVRE 10. bis 12. August Schlacht an der Römerstraße 22. August bis 2. September Schlacht Albert Perronne 3. September bis 6. Oktober Stellungskämpfe in Lothringen 1. bis 11. November Abwehrkämpfe zwischen Er und Mars Rückzugskämpfe und Übergang auf das rechte Marsufer Ab 12. November Räumung des besetzten Gebietes und Marsch in die Heimat Kommandeure 1. November